Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von BASTA TV von der BASTA Spring 2017 in Frankfurt. Neben mir sitzt Jörg Neumann, er ist Mobility und UI-Experte und das ist auch das Thema, über das wir heute mit ihm sprechen wollen. Ja, vorgestellt habe ich dich, es geht um Mobility und UI, jetzt im Rahmen einer Microsoft-Konferenz das spannende Thema Xamarin. Microsoft hat Xamarin gekauft im letzten Jahr. Sie haben letztes Jahr schon angefangen, das zu integrieren in die Entwicklungstools, in Visual Studio und das geht jetzt einen Schritt weiter. Wohin geht der Schritt jetzt dieses Jahr? Was siehst du da? Ja, erstmal, glaube ich, ist ganz interessant, wie diese Transformation jetzt passiert, weil ja bei Microsoft generell gerade so eine Cross-Plattform-Strategie ausgerollt wird mit .NET Core und .NET Standard und das wird jetzt sozusagen, nachdem es im Web verfügbar ist und auch bei UWP unter der Haube .NET Core ist, wird im nächsten Schritt jetzt das unter Xamarin auch kommen, so dass ich dann im Prinzip mit einem C-Sharp und einem .NET Standard dann eine sehr breite Range einfach habe an Plattformen, die ich unterstützen kann. Und in Xamarin selbst ist es ja so, dass da dann nochmal wieder so ein Universum aufgeht, weil Xamarin inzwischen so viele verschiedene Plattformen von so vielen verschiedenen Herstellern unterstützt, dass das sozusagen jetzt innerhalb von Microsoft eben auch so als strategisches Tool positioniert wird, um alles, was jetzt nicht PC und Windows ist, mit abzufrühstücken. Das heißt natürlich klassische iOS-Apps und Android-Apps, aber eben auch solche Sachen wie Apple Watch oder Apple TV, dann haben sie mit Kooperation und dadurch, dass sie Xamarin Open Source gemacht haben, generell die Plattform auch für andere geöffnet, was sich jetzt im Moment gerade sehr deutlich zeigt mit Tizen. Also Samsung hat angekündigt mit Microsoft zusammen eben eine Tizen-Implementierung zu machen auf Basis von Xamarin Forms, sodass ich dann auch noch eben diese ganze Range von Samsung Devices mit ansprechen kann, das heißt Smart TVs und so. Und das ist halt eine interessante Geschichte, weil ich eben jetzt mit meiner .NET, mit meinem .NET Know-how, was ich habe und durch diese Xamarin Forms Abstraktion, wo ich eben den ganzen UI-Stack mit Xamarin deklarieren kann und muss mich jetzt ja auch nicht mehr so tief in die einzelnen App-Modelle und Plattformen reinarbeiten, dass ich eben auf Basis von dieser Technologie eben ganz, ganz, ganz viele verschiedene Devices ansprechen kann und zwar nativ. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Das heißt, ich kann native Apps schreiben, die dann nicht nur auf einem Smartphone laufen, sondern auch auf einer Apple Watch, auf einem Smart TV, auf einem Apple TV, auf verschiedensten Android-basierten Geräten einfach. Das heißt, es öffnet sozusagen dann auch nochmal die Tür in den IoT-Markt. Das heißt, alles was so kommt an Wearables von den unterschiedlichen Herstellern habe ich sozusagen mit im Boot und das eben ja mit meinem gewohnten C-Sharp und .NET eben auch mit einem einheitlichen Tooling. Microsoft hat ja schon in der Vergangenheit mit Xamarin zusammen daran gearbeitet, dass Visual Studio verwendet werden kann, auch wenn ich jetzt für iOS entwickle und so weiter. Und zusätzlich kommt jetzt ja nochmal Visual Studio für den Mac. Das ist sozusagen eine Weiterentwicklung von einem Samarin Studio, was aber eben auch nochmal sehr, sehr stark eben in dieses Tooling reingeht von .NET Core. Das heißt, ich kann dann auch ASP .NET Core Apps bauen mit Visual Studio for Mac auf einem Mac, was dann nochmal eine andere Qualität ist. Das heißt, in der Vergangenheit ging es sehr stark darum, dass ich von meinem von meinem PC aus irgendwie eine iOS App oder auch eine Mac OS X App bauen kann. In Zukunft wird es eben so sein mit Visual Studio for Mac und auch mit VS Code, dass ich mir auch aussuchen kann, ob ich das auf dem PC oder auf dem Mac machen kann. Moment mal, das klingt jetzt alles wahnsinnig nach Marketing. Du willst mir echt erzählen, dass das durch die ganze Bandbreite von Produkten auch funktioniert? Ja, in der Vergangenheit gab es ein paar Sachen, wo es ein bisschen geknirscht hat. Zum Beispiel eben bei der Visual Studio Integration, was daran lag, dass Samarin ursprünglich zum Beispiel gar nicht MS Build unterstützt hat. Das heißt, die haben ihre eigene Build Engine gehabt. Dann lag es auch daran, dass die unter der Haube Mono verwendet haben. Das Mono wird dann sozusagen jetzt durch .NET Standard ersetzt. Das wird jetzt im Laufe dieses Jahres passieren. So, und dadurch ist das Tooling auch viel besser eben, weil ich eben eine einheitliche Toolchain habe, die sich an .NET Core orientiert und unter der Haube eben diesen Roslin Compiler hat. So, und dadurch wird sozusagen nicht nur das Programmiermodell und die APIs irgendwie vereinheitlicht, sondern natürlich irgendwie auch das Tooling. Und das kann Microsoft ja. Also Visual Studio hat inzwischen ja schon eine ganze Bandbreite verschiedenster Tools und verschiedenster Mechanismen, die eben gut funktionieren, um C-Sharp Code zu schreiben, die grafische Designer beinhalten, die eben die ganzen Emulatoren auch mit einbinden und so weiter. Und dadurch, dass das Ganze am Ende durch genau diesen einen Compiler geht und gegen ein standardisiertes Framework kompiliert wird, habe ich sozusagen keine Versatzstücke mehr. Wo also Visual Studio, was ja eigentlich für das klassische .NET mal gemacht ist und immer so ein bisschen verbogen werden musste, damit das gegen Mono kompiliert. Und auf der anderen Seite eben die Mono-Runtime, die dann zum Beispiel auf Android-Geräten mit installiert wird, die dann auch nochmal eben einen Ticken anders ist, als ich das von .NET gewöhnt bin. Und auch eben dieses Einheitliche hat man in der Vergangenheit auch schon gesehen. Das hat auch irgendwie funktioniert. Das war alles der gleiche C-Sharp Code und auch mit Sammarin Forms war das gleiche Sammeln mehr oder weniger. Was man bloß mal gemerkt hat, ist, dass es an bestimmten Stellen immer wieder ein bisschen geruckelt hat. Das hat zum Beispiel eben mit dem Tooling zu tun. So ist es zum Beispiel so, dass es bisher wesentlich angenehmer ist, Sammarin auf einem Mac zu entwickeln, als auf einem PC mit Visual Studio. Und das ist genau das, was sich dann ändern wird. Das heißt, ich brauche wirklich nur noch so einen kleinen Mac, der dann irgendwo steht, wo nur kompiliert wird. Und selbst der Emulator, der Mac-Emulator, wird remote übertragen auf meinen PC. Und ich habe im Visual Studio den iOS-Simulator mit Touch-Erkennung und allem. Und habe in Visual Studio dann auch diese Previewer. Das heißt, bisher gab es ja keine grafischen Designer. Und da gibt es ja dieses Konzept der Previewer, dass ich also das, was ich in Sammel deklariere, auch gleich sehe. Das gab es bisher nur auf dem Mac. wird es dann auch ein Visual Studio geben. Und so werden sich also diese Welten immer weiter angleichen. Und das eröffnet eben genau diese Möglichkeit, dass ich mich dann selber entscheiden kann, nutze ich jetzt ein PC oder nutze ich ein Mac? Nutze ich das normale Visual Studio oder nutze ich Visual Studio Code oder Visual Studio vom Mac? Das eröffnet dann sozusagen die die große Bandbreite, weil eben unter der Haube das den gleichen Kern hat. Also das Bild ist jetzt, das Tooling ist da für die .NET-Entwickler. Sie können damit umgehen. Sie beherrschen C-Sharp, also die Sprache. Jetzt hast du aber sehr viele unterschiedliche Devices angesprochen. Du hast von der Smartwatch, von Apple TV gesprochen, von klassischen Smartphones, können wir das schon klassisch nennen. Aber quasi das Know-how vom Tooling und das Know-how mit der Sprache, das hat der Entwickler. Aber welches Know-how muss er denn aufbauen? Dann kann ich sich einfach hinsetzen und sagen, jetzt baue ich meine App los. Und die läuft dann auf all diesen Geräten. Da gehört doch wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Hirnschmalz dazu, dass man sagt, da muss ich mir doch überlegen, wie ich so eine App baue. Auch wenn ich das quasi vom Tooling und von der Sprache her kann. Das ist ein super Punkt. Und von daher verlassen wir mal die Marketing-Ebene, was geht. Und es ist am Ende kein Marketing. Also ich bin da wirklich sehr begeistert davon. Aber es ist in der Tat so. Und das ist so das, was dabei immer so ein bisschen aus dem Fokus gerät. Ich habe ein super Tooling und ich habe eine super Story und ich brauche nur ein bisschen C-Sharp und ein bisschen Sammel. Und dann habe ich Cross-Plattform überall und das nativ. Ja, ist richtig. Aber fairerweise muss man dazu sagen, dass ich schon ein grundlegendes Verständnis der Plattform haben muss. Das heißt, ich muss irgendwie wissen, was ist ein APK Package bei Android oder wie funktioniert Provisionierung bei iOS. Das heißt also zumindest mal auf Package Ebene muss ich schon wissen, wie funktioniert das in der Welt. Ich brauche bei Apple brauche ich eine Developer Lizenz. Die muss mit meiner App verbunden werden und solche Geschichten. Darüber hinaus ist es natürlich so, wenn ich spezialisierte Devices habe, wie eine Apple Watch oder auch Apple TV. Da gibt es zurzeit keine Sammarin Forms Implementierung von. Das heißt, ich muss sozusagen klassisch mit Sammarin iOS oder mit Sammarin Android arbeiten. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich eben auch verstehen muss, wie funktioniert das App-Modell, wie funktioniert die Oberflächenbeschreibung. Das ist ja bei iOS und Android Grund verschieden. Und das ist generell immer eine ganz gute Idee. Das heißt also, was häufig ja im Sammarin Umfeld kommt, ist, ich habe da einfach mal angefangen und dann habe ich jetzt ganz viele Probleme. Ich habe Probleme bei der Installation, ich habe Probleme irgendwie, ich will da irgendwas machen und es funktioniert aber nicht. Ich habe irgendwie, das ist ja doch gar nicht so einfach. Das kommt sehr häufig einfach vor diesem Missverständnis, dass ich denke, ich mache eine native iOS App, ohne eigentlich zu wissen, wie iOS überhaupt funktioniert oder wie so ein Package überhaupt gebaut wird, wo ich das denn hinschicke, wie das signiert wird und so weiter. Und das sind natürlich so die Basics, die muss man sich einmal drauf schaffen. Und speziell eben bei diesen Devices, die jetzt nicht von Sammarin Forms erreicht werden, muss ich natürlich schon wissen, zum Beispiel, was ist ein Storyboard in iOS oder was sind XML-Dateien bei Android oder was ist eine Activity und was ist ein View-Controller. Das sind so die Sachen, wo viele auch denken, mit Sammarin Forms, das brauche ich mir da alles nicht angucken. Unter der Haube basiert Sammarin Forms genau auf diesen Modellen. Was dann der zweite Punkt ist, für so ich mich beschäftigen sollte. Nämlich, wenn ich Sammarin Forms mache, stelle ich ganz schnell fest, okay, ich würde jetzt gerne auf dieser Plattform eine ganz spezielle Funktionalität nutzen, die in Sammarin Forms so erstmal nicht drin ist. Dann habe ich ja die Möglichkeit, bei ganz, ganz viele verschiedene, sehr einfache Mechanismen, Sammarin Forms zu erweitern, um plattformspezifische Aspekte. Setzt natürlich voraus, ich verstehe die Plattform. Ich weiß, was eine Table View ist. Dann kann ich die auch erweitern und anpassen, so wie ich die gerne haben möchte auf iOS. Also das ist schon noch erforderlich. Das heißt also, auch wenn es ein super Runtime ist, super Framework, super Tooling, alles super. Aber man muss sich schon bei Cross-Plattformen immer mit so ein bisschen, zumindest mit den Basics auseinandersetzen. Man muss nicht so tief rein, als wenn ich jetzt wirklich nativ iOS entwickel. Da muss ich mich dann noch mit Xcode beschäftigen und mit Zwift und mit ganz vielen anderen Aspekten. Das ist der große Vorteil bei Sammarin, dass ich jetzt also nicht kompletten Deep Dive machen muss, weil das natürlich irgendwie die Komplexität wird dann auch einfach zu hoch, wenn ich also nativ gegen drei Plattformen entwickeln will oder sogar vier oder fünf. Und bei Sammarin ist es halt so, dass ich durch diese Abstraktionsschicht das sehr einfach habe, dass ich also zum Beispiel eine App schreibe für iOS und sozusagen als Abfallprodukt fällt dann auch noch eine Android- und eine Windows-Version raus. Und in Zukunft wird es zum Beispiel dann auch so sein, dass ich native Mac OSX-Apps bauen kann auf Basis von Sammarin Forms. Und gerade wird diskutiert, ob man das zum Beispiel für WPF auch noch erweitert. Das heißt, ich nehme einfach das Sammarin Forms-Modell und da habe ich meine App beschrieben in Sammel, habe meine Code-Basis und dann kompiliere ich das und dann fällt hinten eine WPF-Anwendung raus. Genauso wie zu der anderen Seite irgendwie eine Android-Version rausfällt. Das heißt also, man versucht jetzt neben den klassischen Mobile-Smartphone-Apps jetzt auch Richtung Desktop, Richtung IoT und Wearables und so weiter zu gehen. Und das ist glaube ich eine ganz gute Perspektive. Wow, und das ist vor allem eine sehr breite Perspektive. Ich meine, wir haben das jetzt hier nur kurz angerissen. Du hast auf der neuen Plattform, die jetzt von Software & Support angeboten wird, Video-Tutorials gemacht. Also die Plattform selbst heißt Entwickler-Tutorials. Du hast dazu eben ein Video gemacht, mehrere Stunden, die Einführung in Sammarin. Da wird das sehr ausführlich beschrieben. Dann kann man das nachvollziehen. Das sollten Sie sich einfach mal angucken. Aber das ist eine spannende Frage, wenn du das jetzt beschreibst, diese C-Plattformen, die man adressieren kann als .NET-Entwickler oder C-Sharp-Entwickler, das ändert ja auch das Selbstverständnis, oder? Also wie hast du das erlebt, dass du plötzlich, obwohl du quasi mit C-Sharp, mit dem du bisher als Windows-Entwickler auf der Windows-Plattform gearbeitet hast, dass du plötzlich für jede Plattform arbeiten kannst. Was passiert da so in einem? Das war nach vielen Jahren mal wieder so ein richtiger Aha-Effekt. Also ich bin ja ein UI-Mann, seit Jahrzehnten. Ich habe alles Mögliche an UI-Technologien durch. Und speziell im Microsoft-Umfeld habe ich natürlich dann auch eine Menge Rückschläge einstecken müssen, was dann zum Beispiel das Thema Silverlight angeht und Windows 8 und diese ganzen Geschichten, die so gekommen und gegangen sind. Gerade im Bereich UI war ja irgendwie nicht immer alles super erfolgreich. Und vor allen Dingen, und das war immer mein Kritikpunkt, dass ich gesagt habe, ja okay, dann nennen wir das jetzt Silverlight. Es ist aber das gleiche Sammel wie bei WPF. Und ich habe vielleicht ein bisschen mehr. Ich kann jetzt irgendwie vielleicht dann auch irgendwie im Browser irgendwie laufen, aber sozusagen der Mehrwert, der erschließt sich erstmal nicht. Also dass ich jetzt nochmal irgendwie ein bisschen ein anderes Framework habe und dann noch ein bisschen, keine Ahnung, jetzt kann ich auch da in den Windows-Store irgendwie eine App stellen. Okay, das ist irgendwie ganz nett. Aber den wirklichen Quantensprung hat es für mich aus UI-Sicht mit Sammarin gegeben, weil ich eben dann nicht einfach nur ein neues Framework habe, um Windows-Anwendungen zu bauen, sondern weil es eben wirklich diesen Plattformsprung gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man schon realisieren muss, dass Cross-Plattform immer ein Moving-Target ist. Das heißt, ich habe permanent Updates. Ich habe Updates von Google, die daten natürlich Android permanent ab, genauso bei Apple, genauso bei Windows und den ganzen anderen Plattformen. Mac OS X kriegt Updates, Tizen kriegt Updates, Watch OS hat Updates. So und dementsprechend gibt es auch ständig Updates von Sammarin, das heißt von der Runtime, von den APIs. Weil Sammarin ja immer sagt, okay, wir machen native Apps. Das heißt, wir haben immer 100 Prozent API-Abdeckung. Das heißt, wenn irgendeiner jetzt eine neue API bringt, implementiert Sammarin die, dass ich die darauf zugreifen kann. So und das bedeutet eben auch, ja, dass das Ganze immer irgendwie so ein Moving-Target ist und nicht so, wie ich das so kenne, so aus dem gemütlichen .NET Alltag, so die letzten 15 Jahre. Ich habe da mein .NET Framework, wir einigen uns am Anfang gegen was für eine .NET Version wieder entwickeln. So und dann habe ich ein Tooling, was es genau nur irgendwie für dieses .NET Framework ist und ich weiß, das läuft immer auf Windows. Ja und die Welt ist schön. Das macht es für den Entwickler irgendwie erstmal einfach. Ja, aber er ist dann auch genau da gefangen. So und dann habe ich mit Sammarin halt auf der einen Seite den Mehrwert, auf der anderen Seite aber auch immer wieder diese Unsicherheit, weil ganz viele bewegliche Teile mit dem Spiel sind. Das heißt, da kommen natürlich dann auch eher mal Bugs und eher mal Probleme. Das ist ein bisschen das, was ich dann auch gesagt hatte mit, ich muss schon Ahnung von der Plattform haben. Ich muss zum Beispiel wissen, wie funktioniert denn die Android SDK-Versionierung? Da gibt es ein separates Tool, da muss ich mir dann irgendwie erstmal aktuelle Android-Updates holen, die interagieren wieder mit dem Sammarin Studio und von der anderen Seite kommt da nochmal irgendwie Mono mit rein. Also das ist schon so eine Mixtur unter der Haube, die ich schon erstmal einmal verstehen muss, weil es eben doch eine andere Welt ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee von vornherein auch davon auszugehen, okay, ich muss mir vielleicht auch mal ein Mac kaufen. Ich muss mich dann irgendwie aus der Windows, aus dem Windows-Sofa mal erheben und muss einfach ein bisschen über den Tellerrand auch blicken, weil es schon doch ein bisschen was anderes ist, auch wenn es sich natürlich erstmal sehr vertraut anfühlt, weil es C-Sharp ist, weil es .NET Framework ist, weil es Sammel ist und so weiter. Wow, also auf der einen Seite verliert man eine Komfortzone, die man bisher als .NET Entwickler hatte, auf der anderen Seite hat man Komfort, wenn man alle anderen Plattformen betreten will, die heute einfach da sind. Erstmal vielen Dank für den Überblick, Jörg. Ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt dieses Jahr. Ja, danke. Ja. Hier geht's auch. Ja. Ja. Ja.